Ach, egal, komm. Ähm, noch zwei weitere, bitte. Warum? Weil da haben wir 24. Aus 24 können wir uns drei Rucksäcke bauen. Drei! Ja, ja. Dann brauch ich aber noch andere Farben. Sonst verwirre ich mich. Das muss ja nicht sein. Nee, 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 nee. Ich hab hier doch so schöne Blumen. Die Blumen. Cool. Ich hab leider kein Blau. Ne? Blau hab ich nicht, ne? Ne. Okay, nehm ich ja was Gelbes und nehm hier kein was Weißes. Hellgrauer. Ja gut, meine ich auch das. Und Gelb. So. Was mutt das Mut? So. Die Fäden können hier mal wieder raus. Dies Leder kann ich auch mal gleich weg. So, machen wir einmal einen Gelb. Einmal einen in Rot. Und einmal einen in Hellgrau. So. Und wir haben auf jeden Fall jede Menge Platz. Aha. So. Hier kommt dann das Leder wieder rein. Die Fäden müssten da jetzt auch auseinandergezogen worden sein. Wozu brauchte ich eigentlich nochmal diese komischen Doramenium-Nuggets-Seide-Döns? Ich hab's vergessen. Was wollt ich mir... Ach ja, genau. Diese Dinger für... Wie heißt es? Silk Touch. Genau. So. Dann einmal hier ganz kurz schlafen. Und wir brauchen halt auf jeden Fall noch mehr Mörtel. Das heißt, wir brauchen aber auch noch mehr Zeug. Ich glaub, Lehm haben wir ja noch ein bisschen was. Oder Ton. Aber... Jetzt auch nicht mehr so die Welt. Müsste halt mehr Sand haben und mehr Kies. Um das Ganze zu bewerkstelligen. So. Fäden sind oben fertig. 42 nochmal. Ist okay. So. Aus dir. Stell dich her. Das Ding. Für. Ich hab keine Ahnung. War das etwas, was ich dann als Verbesserung ansetzen musste? Ach, ich wollte auch die ganzen Dinger noch holen. Oho. Okay. Nein. Ach Gott, wo war denn das? Es war mal Schiff B. Steuerung B. Nein. B. Warte mal. Option. Tastenbelegung. Wo ist denn die Steuerung? Da. B ist bestimmt belegt von irgendwas anderem. Bubbles-Tory. Keine Ahnung, was Bubbles ist. Mach mal. Mach mal. F6. Nein. Mach mal F2. KU. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020